Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen Infovideo der Koop-Torwart-Karriere im WM-Modus zusammen mit Jan. Ich wollte euch heute einfach nochmal ganz kurz informieren, warum heute und am Freitag kein Video kommen werden. Ich wollte das eigentlich über Instagram machen, weil ich meinen Kanal nicht mit irgendwelchen Infovideos zuhauen möchte. Allerdings hollern mir noch ganz ganz viele Leute auf Instagram nicht. Vor allem eben die Leute, die jetzt von Jan neu auf meinem Kanal sind. Ich blende hier mal meinen Instagram-Account ein. Unbedingt followen, denn ich werde keine Infovideos mehr machen bzw. fast keine Infovideos mehr machen, sondern alles einfach nur in der Instagram-Story einfach erzählen. Das ist für mich viel viel einfacher und ich mülle meinen Kanal nicht mit irgendwelchen Infovideos zu. Heute musste ich es nochmal machen, wie gesagt, weil mir noch nicht viele auf Instagram folgen bzw. eben die von Jan kommen eben noch nicht. Am heutigen Tage hätte um 14.30 Uhr eine neue Folge der Koop-Karriere im WM-Modus zusammen mit Jan kommen sollen. Wir haben schon zwei Folgen online gebracht, die Playlist rechts oben beim i verlinkt. Und jetzt sollten eben Mittwoch und Freitag die nächsten beiden Folgen kommen. Die hätten wir gestern aufnehmen sollen. Wir hatten gestern am Dienstag einen Aufnahmetermin. Allerdings hat da vieles nicht funktioniert. Nicht so wie wir wollten. Ich hatte auch wirklich voll die Internetprobleme, was eigentlich voll komisch ist, da ich eine richtig krasse Leitung habe. Also eigentlich eine 400.000er Leitung. Aber ich hatte echt Internetprobleme mit Upload und diesem jenes. Deswegen haben wir es dann einfach abgebrochen und haben gesagt, hey, der nächstmögliche Termin ist Freitag. Wir müssen einfach halt dann erst Freitag aufnehmen. Jetzt die Tage können wir nicht. Also Freitag ist wirklich der nächstmögliche Aufnahmetermin. Dann können wir wieder für euch ein paar neue Folgen aufnehmen. Heißt, die nächste und dritte Folge wird erst Samstag kommen. Dann müsst ihr euch leider noch gedulden. Das tut mir echt super, super leid. Aber es ging einfach nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Wenn man Internetprobleme hat, kann man halt leider nichts machen. Und da mussten wir einfach abbrechen. Also die nächste Folge kommt auf jeden Fall am Samstag. Leider habe ich auch momentan richtig Stress in der Schule. Ich bin gerade in meinem Abschlussjahr. Heißt, ich habe wirklich viel Stress mit Prüfungen, dies, jenes. Äh, von daher kann ich auch kein anderes Video leider machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt eben jetzt gestern, äh, hier wunderbar noch ein paar Folgen aufnehmen. Und ich die dann einfach jeden zweiten Tag hochladen kann. Dann wäre alles super. Ähm, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich habe keine Folgen vorproduziert. Ich müsste jetzt irgendwas aufnehmen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Ich muss lieber lernen. Ähm, ja, wie gesagt, ihr müsst euch jetzt einfach gedulden bis Samstag. Auf meinem Kanal kommt bis Samstag leider kein Video mehr. Also morgen und übermorgen kein Video. Erst Samstag wieder das nächste Video. Für all die Leute, denen jetzt langweilig ist, verlinke ich hier rechts oben beim i vier Playlists. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchklicken. Sind auch relativ aktuell. Zumindest die meisten. Ähm, da ist die PES-Trainerkarriere dabei. Eine FIFA-Trainerkarriere. Eine PES-Verteidigerkarriere. Und auch eine FIFA-Torwartkarriere. Also da ist, denke ich, für jeden was dabei. Jeden Fußball-Fan was dabei. Könnt ihr auch auf jeden Fall ein bisschen mal durchklicken. Vor allem jetzt die Leute, die neu auf meinem Kanal sind. Dann wird euch auf keinen Fall langweilig. Und dann sehen wir uns wieder Samstag. bei einer neuen Folge der Koop-Torwartkarriere mit Jan im WM-Modus. Ich würde sagen, es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ihr merkt es vielleicht auch schon, ich bin selber ein bisschen traurig gerade. Ähm, es ist einfach scheiße. Aber ich kann nichts machen. Äh, ich würde sagen, haut euch rein. Und wir sehen uns dann Samstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.